Hi zusammen und willkommen zu diesem kurzen Update zu Power BI. Ja, die einen oder anderen von euch werden es schon mitbekommen haben, aber vielleicht manche noch nicht. Und wenn ihr noch nicht die neueste Version habt, dann habt ihr es auch noch nicht gesehen. Und zwar gibt es Power BI jetzt auch im sogenannten Dark Mode oder eben Dunkelmodus, wenn man so möchte. Das heißt, ihr könnt ab sofort die Benutzeroberfläche wählen, also die Ansicht, die ihr habt. Standardmäßig ist es immer noch dieses Helle, also mit den Grautönen hier. Ja, allerdings können wir jetzt eben über Datei entsprechend dann in den Optionen Einstellungen, in den Optionen hier drin, jetzt den neuen Modus auswählen. Und das finden wir unter Berichtseinstellungen hier drin. Da müsst ihr reingehen und wenn ihr nach unten scrollt, habt ihr hier die Möglichkeit eben das Design, also den Modus der Ansicht auszuwählen. Ja, und Standard ist jetzt hier gerade aktiviert, das ist eben dieses Graue. Und hier gibt es eben Dunkel, Hell, wobei Hell eigentlich Standard ist und eben Systemeinstellungen. Wenn ihr das anklickt, ist es halt wie bei eurem System, wie das hinterlegt ist. Und wir schauen jetzt einfach mal dunkel an, damit man auch sieht, wie das Ganze aussieht. Ich klicke also da drauf und dann auf OK. Und auf einmal habe ich alles hier eben in Dunkel. Ja, also das ist der Dunkelmodus oder eben Dark Mode, wenn man so möchte, vom Design her. Und wenn man jetzt auch noch ein dunkles Theme, also ein Design selber im Report hat, nur mal als Beispiel, ich gehe mal auf Anzeigen, dann seht ihr auch, wie das dann aussehen würde. Jetzt mal auf dieses hier als Beispiel, so ein Motiv, dann wäre man eben komplett im Dunklen sozusagen. Ja, also es bleibt euch überlassen, wenn ihr eben die neue Version habt, ob ihr jetzt entsprechend in dieser Benutzeroberfläche arbeiten möchtet oder eben doch weiterhin in der hellen Ansicht. Gut, das war's für das Video. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Seid ihr eher im Team Dunkel oder seid ihr im Team Hell? Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute! Bis dahin, alles Gute!